Hallo Freunde, heute könnt ihr schon sehen, werden viele, viele Pakete ausgepackt. Heute gehen wir nämlich die 12 Volt Spannungsversorgung und natürlich auch, wie ich überhaupt meine Batterie auflade in dem LT. Und ich bin mega, mega gespannt. Es fehlt sogar noch ein Paket, aber ich konnte es einfach nicht abwarten, die Pakete zu öffnen. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich werde ein bisschen was dazu noch erzählen. Während des Einbaus und jetzt packen wir die Pakete aber erstmal aus und gucken, was ich hier überhaupt alles habe. Hier im Hintergrund stehen auch noch zwei große Pakete. Ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, was es ist, aber wir gucken mal rein. Ihr habt es selber gesehen. Es ist einiges dabei. Ein Paket fehlt, wie gesagt, noch. Und das ist eins der drei Produkte, die nagel, nagel neu sind bei autobatterienbilliger.de. Diese drei Produkte sind einmal diese Lithium-Ion-Batterie, die Solarpanel, wo eins 180 Watt hat. Die sind matt-schwarz, sehen richtig gut aus und bringen hoffentlich auch ordentlich Leistung. Das dritte Produkt ist ein Solarladeregler, der jetzt noch nicht in meinen Händen liegt. Aber da werde ich auch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Worauf ich auch speziell eingehen möchte, ist diese Lithium-Ion-Batterie. Wie gesagt, das ist das allererste Produkt von den Jungs. Und ich habe hier sogar so ein kleines süßes Zertifikat bekommen oder so ein Schreiben, dass das die Serien Nummer 1 trägt, weil es eben die erste ist, die sie offiziell rausgeschickt haben. Ich freue mich darüber riesig. Also wer da ein bisschen Bescheid weiß, weiß natürlich auch, dass die ein bisschen teurer sind. Und damit ihr die quasi nicht umsonst kauft oder dass ihr auch richtig investiert, möchte ich die jetzt auch ganz gerne für euch natürlich testen. Und werde in weiteren Videos auf jeden Fall nochmal konkreter darauf eingehen, wenn ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Und natürlich auch in diesem Video jetzt schon mal schauen, was die so leistet bzw. ob sie überhaupt 12 Volt bringt. Ne, also ich bin mega, mega happy, dass die Jungs mir das hier anvertrauen und dass sie mir auch anvertrauen, dass ich das mal ein bisschen für euch teste und euch das vorstellen darf. Was in dem ganzen Paket nicht fehlen darf, ist ein Sinus-Wechselrichter mit 1500 Watt mit integriertem Ladegerät. Den gibt es auch schon immer so. Ich habe ja im T4 den 4 in 1 Inverter, womit ich auch super, super zufrieden bin. Ich bekomme viele, viele Fragen auch immer dazu. Persönlich geschrieben meistens oder auch mal in den Kommentaren bei YouTube. Also ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Der ist nach wie vor im Oskar eingebaut und funktioniert nach wie vor auch einwandfrei. Dann haben wir ein bisschen Kabellage, damit wir das Ganze auch natürlich verkabeln können. Und ich würde sagen, wir schnacken einfach gar nicht länger und bauen das Ganze mal ein. Und dann schauen wir einfach mal, was das Ganze bringt. Für die Leute, die sich darüber aufregen möchten, dass ich auch mal ein paar Sachen zugeschickt bekommen habe bzw. einfach einen riesengroßen Rabatt bekommen habe, weil ich habe tatsächlich sogar noch Geld bezahlt, werde ich trotzdem hier oben mal Werbung einfügen, einfach damit keiner sich auf den Schlips getreten fühlt. Und ich hoffe, ihr seid damit auch einverstanden. Also geht es jetzt mit dem offiziellen Video los und ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir jetzt aber irgendwas von dem neuen Stuff hier einbauen, reißen wir die ganze alte Elektrik erstmal raus, weil da werdet ihr sehen, dass das Ganze hier auch nicht mehr so ganz schön ist. Und dafür sorgen wir jetzt aber. So viel dazu. Also den Kollegen, den schmeißen wir komplett raus. Da steige ich auch wirklich nicht durch, was die hier alles gemacht haben. Da haben die irgendwie Schalter nachverdrahtet. Der Sicherungskasten ist auch sehr, sehr veraltet. Ihr seht ja, alte Sicherungen. Und zu guter Letzt hier oben den MacGyver-Trick mit einer kleinen Alufolie nochmal den Kontakt irgendwie verbessert oder neu gemacht oder so. Das fliegt komplett raus. Das fliegt komplett raus. Jetzt ist die komplette Elektrik hier mit allen Verbrauchern, die hier hinten im Bus sind. Komplett ordentlich gemacht mit einem vernünftigen Sicherungshalter, der wirklich cool ist, weil wenn eine Sicherung raus ist, seht ihr das schon hier unten, dann leuchtet eine LED. Da könnt ihr ganz gut erkennen, welche Sicherung dann raus ist. Und den Sicherungshalter werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Habe ich lange gebraucht, um den zu kaufen. Kostet, glaube ich, um die 18 Euro. Klingt erstmal nicht viel Geld, aber so ein Sicherungshalter. Ja, musste ich mich durchringen, den zu kaufen. Definitiv eine Kaufempfehlung. Jetzt schon, obwohl ich ihn noch nicht mal verwendet habe. Um nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. Jetzt habe ich komplett wirklich alles einzeln abgesichert. Den Kühlschrank, die Beleuchtung, die Dunstabstaffshaube. Und die Wasserpumpe von dem Zuwasser. Hier ist jetzt das letzte Stück Technik angekommen, was uns komplett autark sein lässt. Und zwar hat Active jetzt einen komplett neuen Laderegler entwickelt. Und ja, den haben sie mir auch zugesendet, damit die ganze Solaranlage natürlich funktioniert und auch die Batterie lädt. So, und jetzt möchte ich ganz kurz erklären, warum jetzt auf einmal ein Solarladeregler. Ich war ja komplett zufrieden mit dem 4.1 Inwärter, wo der Solarladeregler komplett mit in dem Gerät integriert war. Und nach wie vor funktioniert das wunderbar bei Oskar. Also wirklich zu empfehlen für die Leute, die sich einfach ein bisschen Verkabelung sparen wollen und nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Warum habe ich jetzt dieses Stück hier bekommen, beziehungsweise warum habe ich gesagt, ich nehme das auf jeden Fall an. Erstmal ist es natürlich ein Stück neue Technik, bin ich immer begeistert von, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und zudem haben sie das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit ein Modell zu wählen, was Bluetooth fähig ist. Und dann können wir mit einer schönen App uns den ganzen Ertrag der Solarenergie, beziehungsweise einfach den Zustand der Batterie, halt hier drüber quasi anzeigen lassen. Zusätzlich soll in der Zukunft noch ein Monitor dazu kommen, das heißt ein kleiner Display oder ähnliches. Da bin ich noch nicht so ganz auf dem Laufenden, wie das Ganze nachher aussehen wird. Aber der Solarladeregler hat jetzt schon einen kleinen Solarmonitor-Port, wo ihr den Monitor dann nachher anschließen könnt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Teil jetzt reißt und vor allen Dingen, wie das mit der App funktioniert und wie das Ganze im Nachhinein aussieht. Und zu dem ganzen Hightech haben wir noch die Möglichkeit ein bisschen mehr anzuschließen als bei dem 4-in-Einzelwerter. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit eure Zweitbatterie, also eure Versorgerbatterie anzuschließen, aber auch für die Erhaltungsladung die Starterbatterie mit anzuschließen. Und die Möglichkeit einen Temperatursensor mit anzuschließen, worüber dann die Temperatur eurer Batterie gemessen wird. Zudem haben wir hier die Möglichkeit mit einem DIP-Schalter einzustellen, welche Art von Batterie wir haben, damit wir auch wirklich die richtige Ladekennlinie haben. Das hatten wir vorher noch gar nicht, da weiß ich auch nicht genau, wie Active das vorher geregelt hat. Aber trotzdem, meine Batterie lebt noch und sie versorgt nach wie vor ganz, ganz hervorragend, also in Oskar. So und jetzt wollen wir nicht länger quatschen, jetzt schließen wir das Ganze an, also viel Spaß dabei. Und einen Langzeiterfahrungsbericht findet ihr dann natürlich immer in den Vlogs, das heißt, wenn wir unterwegs sind, werde ich zu den Geräten jetzt mal immer mal ein bisschen mehr sagen. Wie gesagt, ich sage auch hier nochmal, mit dem 4-in-Einzelwerter bin ich mega zufrieden. Ganz ehrlich, es funktioniert genau so, wie es soll. Ich bin gespannt auf das Stück neue Technik, einfach weil ich Bock drauf habe und weil Active mir das natürlich vorgeschlagen hat, den zu verbauen. Ich bin gespannt auf das Stück. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir alles soweit hier oben aufs Dach gebracht. Ich habe die Kabel schon mal durch die Durchführung gefädelt, jetzt gleich noch durchs Dach. Dann wird die Durchführung befestigt bzw. festgeklebt. Und da wir jetzt zwei Solarpanel haben, müssen wir die parallel schalten. Dafür gibt es diese speziellen Y-Stecker. Und daran schließen wir dann quasi unser Solarpanel an. Einmal an das Minuskabel und einmal an das Pluskabel. Das Minuskabel und einmal an das Minuskabel. Das Minuskabel und einmal an das Minuskabel. Mami Was ist das für ein Wesen? Schläft auf einem LT Club? Mies man! So Leute, das war der erste Teil der Elektrik. Ihr seht im Hintergrund, die Solarplatten sind drauf. Es hat alles wunderbar funktioniert. Es hält auch alles, ist alles dicht. Wir waren damit jetzt nur einmal los, aus dem Grund und weil wir natürlich noch ein bisschen mehr verkabeln, das heißt die 230 Volt Technik hier auch noch verbauen, wird es auf jeden Fall noch einen zweiten Teil dazu geben. Vielleicht wird es sogar noch ein bisschen dauern, damit wir ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie das Ganze funktioniert, ob das alles auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dass wir euch natürlich auch einen vernünftigen Erfahrungsbericht bieten können. Hier ist jetzt noch ein kleiner Zeitsprung dazwischen, weil das Motorproblem dazwischen kam. Daher das Wetter jetzt hier, wie ihr seht. Und das mit der Elektrik haben wir natürlich vor dem Motorproblem schon gemacht. Genau, hier oben, für diejenigen, die nicht Bescheid wissen, werden wir nochmal eine kleine Playlist verlinken, worum es jetzt gerade überhaupt ging, und zwar der ganze Motorkram. Das könnt ihr euch denn genauer da anschauen, falls ihr gar nicht wisst, worum es genau geht. Wir hoffen, euch hat dieser Teil der Elektrik gefallen. Gebt uns gerne dafür einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!